Ich bin oberster märischen Stände. Solange Meeren sich vom böhmischen Aufstand fernhält und habsburgisch bleibt, schließt das eine das andere nicht aus. In der Schwebe kann es nicht bleiben. Ich sehe, ihr nehmt die Sache so ernst, wie man muss. Kann ich Bedenkzeit haben? Wenn ihr des Bedenkens erst braucht. Ich sehe, ihr nehmt die Sache so ernst. Ich sehe, ihr nehmt die Sache so ernst. Das ist ja des Keplers Hand. Ein Horoskop von dem großen Kepler, Dio Miocheonore. Er ist auch nur ein Mensch, der Kepler. Der größte in unserer Wissenschaft. Ihr tagt es schon lange bei euch? Ich lese es und lese es und zweifle daran herum. Und die reiche Heirat? Treibst du nicht ein? Vielleicht nur, weil es da geschrieben steht? Vielleicht habe ich nur deshalb eine reiche Frau gesucht. Auch die Kernkette vom vorigen Jahr. Hier, Kepler deutet sie an. Lest nicht, was der Kepler schreibt. Rechnet die Nativität nach eurem eigenen Kopf, Senno. Er schreibt furchtbarer Dinge. Hier. Da. Grausam. Unbarmherzig. Ohne Liebe, sei ich. Voll Verachtung gegen die Menschen. Gegen die Religion. Nicht das ist es, wovor ihr euch ängstigt. Ihr habt Angst vor eurer eigenen Kraft. Eurem Verstand. Könnt ihr herausfinden, welche Partei ihr ob siegt? Die Kaiserlichen oder die Böhmen? Wozu? Ihr habt die Konjunktion Magna. Auch die englische Elisabeth hatte sie. Schlagt euch zu welcher Partei ihr wollt. Wo ihr seid, Herr, wird auch der Sieg sein.